Hallo liebe Fußballfreunde, meine Meinung über RSFC Magdeburg, ich finde ich von RSFC Magdeburg ein toller Verein, viel gekämpft, ganze Kraft, dritte Liga, so zweite Liga hochkommen, ganze Kraft, auch noch Direktaufstieg schaffen, das ist Wahnsinn, weiter so, weiter so von gut kämpfen, von RSFC Magdeburg, bitte von, kann euch sehr gut schaffen, diese zweite Liga, diese zweite, zweite Bundesliga, verstehen du kannst, Kampf und Wille von dir, Kampf und Wille ist auch Ziel von Bundesliga hochkommen kann, es geht um Kampf und Wille, um Kampf, das geht um alles, alles oder nichts, lieber RSFC Magdeburg, Neuer Verein, neuer Schwung, von neuer Liga, von zweiter Bundesliga, von RSFC Magdeburg, bitte kämpfen, 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 von zweiter Liga nicht sowieso bleiben kann, ich vermute ich mal von RSFC Magdeburg, das auch zweite Mannschaft hat, von der Jugend heißt es genau, RSFC Magdeburg zwei Jugendspieler, Jugendspieler zu Profiklub hochholen, zwei, drei Spiele machen, und dann auch noch zwei, drei Spiele fertig ist, wird teuer verkaufen, neue, neue Spieler leisten kann, vielleicht von Aufstieg schaffen, vielleicht auch wieder nicht, halt nur ein Jahr von zweiter Liga bleiben, zweiter Liga ist eine Mitte von Liga, von Abstieg von zweiter Liga zu dritter Liga, oder von Aufstieg von dritter Liga zu zweiter Liga, zweiter Liga zu Bundesliga, da werden immer Karten neu gemischt von zweiter Bundesliga, immer neu gemischt, kann gerne euch kämpfen, bis kämpfen, Wille und Leidenschaft, kann RSFC Magdeburg auch schaffen, Kampfunwille, weiter so. Ja! Danke! Ja!